Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Building-Tipp seit einer langen Zeit. Heute vom Ethereum-Server, hier von der Handelsstadt, wo wir gerade dran arbeiten. Und ich hab mir gedacht, da ich da sowieso wieder was dran mache, mach's da einfach mal einen Building-Tipp. Könnte nämlich ganz interessant sein für euch, das auch mal mitzubekommen. Und zwar werden wir heute ein bisschen Details in die Straßen bringen, einfach mal in die Stadt zu schauen, was gibt es da alles so für Sachen, die man auf die Straßen draufpacken kann, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht, damit das lebendiger aussieht und nicht alles so gerade und gleichmäßig. Und deswegen werden wir uns das heute einfach mal anschauen. Wenn dir das Video gefällt, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Außerdem kannst du meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück. Wir befinden uns hier auf der Hauptstraße der Handelsstadt. Und ich beginne hier am ersten Punkt, den ich hier so ein bisschen dran gepackt habe. Und zwar ist das Ganze hier vom Gebäude her ein Café. Und hier geht es halt so ein bisschen weiter runter. Und ich hab mir gedacht, okay, wäre eigentlich ganz cool, wenn wir da ein paar Pflanzen haben. Ich bin ja eigentlich so mehr oder weniger derjenige, der hier überall die ganzen Pflanzen hingepackt hat. Aber ich finde, das bringt einfach nochmal viel mehr. Und wir haben hier erstmal so eine kleine Umrandung aus Treppen, aus Cobblestone, Slabs, aus diesen Mauern hier. Ein paar Leitern finde ich auch immer ganz cool, weil es so ein bisschen als Ranghilfe vielleicht dient. Hier hinten haben wir dann einfach ein paar Blätter dran gepackt. Hier oben natürlich ein bisschen Gras, Blumen. Das fällt hier teilweise ein bisschen mit meiner Optifine-Version. Aber egal, wir haben hier ein bisschen Potzo drin, Fahnen und hier ein paar Zäune als Äste oder einfach so als ein bisschen Ranghilfe. Ich finde, das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Wir haben hier teilweise auch verschiedene Laubsorten drin. Das heißt, am besten immer darauf achten, dass ihr da verschiedene Sachen nehmt. Je nachdem, was eben in eurem Biom, wo ihr gerade seid, irgendwie am besten ist. Und ich habe hier auch relativ viel noch mit diesen Player-Heads gearbeitet. Und dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung einfach mal einen Link zu einer entsprechenden Webseite. Da könnt ihr also einfach draufklicken und dann wird euch der entsprechende Command in eure Zwischenablage kopiert, sodass ihr das einfach in einen Comment-Block einführen könnt und letztendlich dann euren Player-Head bekommt. So, ich habe mir jetzt einfach mal einen Comment-Block geholt und da entsprechend einen Button draufgepackt. Und wenn wir jetzt hier einfach mal draufklicken, dann kommen wir hier oben bei Console-Command und dann können wir einfach mit STRG-V den Command, den wir eben angeklickt haben, einfügen. Wir machen also einmal auf Done und wenn wir jetzt hier draufklicken, dann bekommen wir hier entsprechend auch schon unseren entsprechenden Kopf. Ich habe für diesen Fall jetzt einfach mal einen Melonen-Kopf genommen und den können wir hier dann einfach wunderbar hinsetzen und letztendlich das Ganze dann etwas schöner gestalten. Je nachdem, was ihr für einen Kopf eben haben wollt, gibt es einfach tausende Sachen auf dieser Webseite. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei, finde ich ziemlich praktisch. Und ja, damit denke ich, sind wir hier auch erstmal mit fertig. Wir gehen jetzt also erstmal weiter. Hier drüben ist es relativ ähnlich. Wir haben also hier auch wieder mit Cobblestone so ein bisschen so eine Umrandung gemacht, etwas erhöht. Eben so eine Art Hochbeet mit ein bisschen Gras und sowas. Und ansonsten habe ich hier dann mal einen kleinen Baum hingebaut. Das Ganze habe ich auch schon mal in einem vorherigen Building-Tipp gezeigt. Den verlinke ich euch hier einfach mal. Und zwar habe ich hier einfach grob eben unsere Form hier mit den Ästen gebaut und dann entsprechend hier oben, wobei ich das diesmal per Hand gebaut habe, eben hier mit einer Sorte Blätter und entsprechend dann später mit Worlded-It ein bisschen noch Jungleblätter, also Dschungelblätter reingepackt. Und letztendlich sind da noch ein paar Äpfel dran. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie jetzt so gut passt, aber ich fand, es sieht irgendwie ganz cool aus, weil wir einfach ein paar Farbakzente drin haben. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt erstmal noch den Boden an. Der ist nämlich auch ein bisschen interessanter, vor allem in dieser Bereich, wo es hier so ein bisschen hoch geht. Wir haben also im Endeffekt von Materialien her Stone Bricks. Wir haben ein paar Stone Slabs und ein bisschen Cobblestone, teilweise hier mit den zerbrochenen noch. Das Ganze einfach mit einem Brush drüber gepackt und dann nach und nach zum Beispiel hier mit Treppen so ein bisschen gearbeitet, um das Ganze ein bisschen aufzubrechen. Und vor allen Dingen diese Bereiche, diese Treppenstufen, die sind relativ wichtig, dass die nicht gleichmäßig sind, sondern dass die eben hier verschiedene Tiefen haben, dass wir hier teilweise eben auch mal Bereiche haben, die etwas dünner sind, Bereiche, die hier etwas breiter sind. Und dann passt das auch schon ganz gut. Hier oben haben wir zum Beispiel noch so ein Mosaik reingepackt. Das passt eigentlich auch ganz gut. Und dann würde ich sagen, machen wir also gleich weiter. Hier habe ich mir so eine kleine Markierung gesetzt, dass hier noch ein Marktstand hin soll. Und zwar ist das Ganze hier so eine Marktstraße, beziehungsweise die ganze Straße ist relativ breit gehalten und die führt zum Markt. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine relativ gute Position, um hier auf die Ecke vielleicht so ein bisschen schräg noch einen Marktstand hinzupacken. Außerdem haben wir hier in der Seite dann noch diese, ja, ich weiß gar nicht genau, was es eigentlich darstellen soll, aber jedenfalls diese Figuren, Statuen, irgendwelche Steinkonstruktionen. Jedenfalls, ja, sehen die schon ganz cool aus. Die standen auch vorher schon da. Und die brechen das Ganze einfach noch so ein bisschen auf. Einfach ein paar Figuren rein, ein bisschen Statuen. Man muss gar nicht genau erkennen, was es eigentlich sein soll, aber man sieht schon, dass es irgendwie so eine Skulptur irgendwie darstellen soll. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut, weil es das Ganze immer noch so ein bisschen auflockert. Natürlich immer darauf achten, dass wir hier hinten dann auch entsprechend die Türen noch freilassen, dass man hier eben auch noch hinkommt. Das heißt, hier vor dann einen Marktstand zu stellen, wäre ein bisschen blöd. Wir würden dann praktisch eher hier so vorne hinstellen, dass man hier hinten noch langlaufen kann. Ich habe immer darauf geachtet, dass wir an den Rändern auch noch ein bisschen Grünzeug hinbekommen, beziehungsweise eben Pflanzen, bisschen Erde, bisschen Gravel und sowas, dass das eben sich noch ein bisschen abhebt und wir praktisch noch so ein bisschen diesen steinigen Pfad in der Mitte noch haben. Denn hier unten ist es noch nicht so ganz gemacht und da wirkt das Ganze einfach so breit. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen cooler, wenn das irgendwie ein bisschen kompakter ist und eher so fokussiert, diese ganze Straße. Und deswegen, ja, habe ich das hier oben halt so ein bisschen dann geändert. Hier unten habe ich noch nie so viel gemacht, aber auf jeden Fall, also größtenteils sind es natürlich auch noch Sachen, die andere Leute aus dem Team gemacht haben. Aber hier hinten passt zum Beispiel sehr gut dieser Heuhaufen, der hier irgendwie hingebaut wurde. Und generell finde ich eigentlich diesen Absatz hier ziemlich gut. Das ist immer das Wichtige an euren Steppen, dass ihr an die Absätze denkt. Das heißt, kein Mensch baut eine Stadt, die extrem flach ist, weil man sich immer ans Terrain anpasst. Das heißt, wenn ihr eine Stadt baut, am besten erst terraformen, erst das Terrain so ein bisschen machen und dann darauf die Stadt aufbauen. Weil andersrum funktioniert das irgendwie nicht so gut, wenn man nicht so viel Erfahrung hat und das sich irgendwie bildlich vorstellen kann, wo es gut aussieht, wenn es da hoch ist. Wir haben relativ lange mit der Stadtplanung verbraucht. Deswegen, ja, würde ich euch empfehlen, das auch bei euch so zu machen und entsprechend dann eben lange die Stadt sich mal so zu überlegen, was eigentlich überhaupt wohin soll. Aber ich möchte das Video jetzt gar nicht so lange um diese Stadtplanung machen. Da könnte ich übrigens auch ein extra Video machen, falls das irgendwie gewünscht ist. Schreibt es also einfach mal in die Kommentare, wenn es da so ein paar Sachen gibt, die euch da interessieren. Hier drüben haben wir dann so ein kleines Design für einen Marktkarren oder generell für einen Karren, wo ein paar Kisten drauf sind, beispielsweise die Kisten. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Das sind natürlich auch relativ wichtig. Man sollte sie aber natürlich auch entsprechend gut platzieren. Was ich hier noch ziemlich cool finde, ist, dass wir hier so einen kleinen Verkaufsstand haben, wo einfach so ein bisschen Grünzeug bzw. ein paar Früchte und Salat und sowas draufsteht. Finde ich immer ganz cool. Fand die Idee auch ziemlich geil, dass man das einfach in die Häuser rein integriert. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einfach mitten rein mal so eine größere Kutsche, Wagen, wie auch immer, gepackt. Hier oben noch mit so ein bisschen Dachüben drüber. Und da einfach ein bisschen drauf achten, dass das vielleicht auch mal ein bisschen weiter drin steht, einfach weil es gerade auf der Fahrt ist oder sowas. Natürlich haben wir jetzt hier keine Pferde oder sowas, die da irgendwie das besser zeigen könnten. Aber momentan, ja, finde ich, sieht das eigentlich schon ziemlich cool aus. Vielleicht gibt es dann in Zukunft irgendwann mal Features, wo man die auch wirklich richtig umsetzen kann. Aber auf jeden Fall einfach mal so kleine Objekte, die man da immer wieder reinpacken kann. Und hier drüben habe ich dann einfach noch bzw. war auch schon mehr oder weniger so einen Kistenhaufen hingepackt. Und entsprechend hierbei eben zu beachten ist, dass wir halt einfach verschiedenste, also Jukeboxes sind ja relativ viele benutzt worden. Wir haben hier zum Beispiel dann noch die entsprechenden Druckplatten. Wir haben hier Trapdoors, Eisensachen. Also da kann man eigentlich mehr oder weniger alles draufpacken, was einem da gefällt. Hier hinten einfach noch so ein bisschen Stroh mit Leitern, mit Kisten und sowas. Also einfach mal ein bisschen rumprobieren, was da ganz gut passt. Hier drüben habe ich dann eigentlich auch wieder mehr oder weniger einen Baum geplant. Bin mir da aber noch ein bisschen unsicher, ob wir den wirklich da reinpacken sollten, weil das hier schon relativ nah an dieser Gelande ist. Die Gelande finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Einfach mal so ein bisschen zwischen größeren Häusern spannen. Das haben wir hier zum Beispiel auch. Zack, zack, zack. Hier einmal rüber. Hinten später haben wir das auch nochmal. Und ja, hier ist zum Beispiel noch, okay, die Lampe ist jetzt gerade aus. Aber auf jeden Fall würde hier noch ein bisschen so eine Straßenlaterne sein. Das ist nämlich hier überhaupt noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen drauf achten, dass wir hier so ein bisschen Straßenbeleuchtung haben, weil es sonst wieder relativ dunkel alles wird. Vor allen Dingen dann in der Nacht, weil wir halt momentan nur bei Tag arbeiten und bauen. Und deswegen bemerkt man das eben nicht so. Aber da muss man echt achten, dass wirklich auch mit dem Licht da so ein bisschen für gesorgt ist. Den Marktplatz zeige ich euch jetzt nicht mehr groß weiter. Das sind einfach verschiedenste Marktstände. Da ist aber auch noch nicht so viel Zusätzliches dabei. Das heißt, da wird vielleicht extra nochmal ein Video kommen, wenn da irgendwie Interesse besteht. Einfach auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr da eigentlich ganz cool finden würdet. Beziehungsweise zu welchem Thema ich vielleicht mal Building-Tipps oder sowas mal zeigen sollte. Und hier ist einfach nochmal sowas Kleines, was mir eben noch eingefallen ist. Und zwar einfach so ein bisschen ein Viehgatter oder irgendwie jedenfalls was, wo man hier beispielsweise Schweine oder sowas reinsperren kann und die dann eben auf dem Markt verkauft werden. Finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn man sowas auch drin hat. Das ist natürlich noch längst nicht alles, was man hier wirklich alles machen kann. Aber ich finde ehrlich gesagt, momentan finde ich dieses Café hier mit den Weintrauben davor am coolsten. Deswegen stelle ich mich jetzt hier nochmal hin und stelle mich hier nochmal so schräg, so ein bisschen im Überblick, wie eigentlich am Anfang auch. Das fand ich nämlich ziemlich cool, diese Sicht einfach von hier. Und ich denke, damit sind wir mit diesem Video auch zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt einfach mal Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt. Außerdem könnt ihr natürlich meinen Kanal abonnieren, wenn ihr weitere Videos dieser Art bevorzugen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und tschüss!